Hallo, mein Name ist Bettina, ich komme aus Deutschland. Ich bin durch auch die Klinik Ömer aufmerksam durch eine Freundin geworden, die auch hier war und auch super begeistert, wurde die ganze Zeit super durch Handern durch die Zeit geleitet, habe Implantate oben und unten bekommen, bin super zufrieden, meine Zähne durch Dr. Ernest bekommen und vielen Dank, ich bin super happy.